Eigentlich seht ihr mich immer auf der Mainstage und da habe ich immer großspurig das Wort Blended University in den Raum geworfen. Nicht ein neuer Begriff, aber irgendwie doch noch immer so ein fancy Buzzword. Ich habe da leichtes Sagen, denn ich stehe hier auf der Bühne, moderiere die Themen. Ich muss es nicht umsetzen. Umsetzen müssen sonst andere. Und die Frage ist natürlich, sind die schon so weit? Sind die Lehrenden schon so weit? Sind die Organisierenden schon so weit, um die Blended University wirklich wahr werden zu lassen? Haben Sie schon die ganzen Werkzeuge, die es braucht? Fühlen Sie sich gut ausgerüstet? Und darum geht es jetzt in meinem kleinen Lobbygastspiel hier. Ich freue mich sehr, denn ich habe Antonia Dittmann bei mir und Lavinia Ionica. Beide sind Programmmanagerinnen beim HFD und speziell für die Qualifizierungsangebote zuständig. Herzlich willkommen. Danke. Wie sieht es denn aus? Also bevor wir auf eure Qualifizierungsangebote zu sprechen kommen, wie qualifiziert sind denn die Betroffenen in Bezug auf die Blended University? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich durch die Pandemie auf einen Schlag Lehre digital umstellen müssen. Aber nicht nur Lehre, sondern auch die Weiterbildungsformate. Das heißt, E-Tutorenprogramme, hochschuldidaktische Zertifikate, mediendidaktische Zertifikate sind jetzt alle online und digital umgestellt. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage tatsächlich, wie gut immer die Formate, die in Präsenz umgesetzt worden sind, auch digital sind. Und jetzt nach drei Semester gilt es dann nochmal zu evaluieren und neue Formate zu umzusetzen. Und nur damit wir uns richtig verstehen, du sprichst jetzt über die Formate der Qualifizierungsangebote oder die Lehrformate? Ich spreche vor allem auch Qualifizierungsformate. Es ist wichtig zu sagen, dass Lehrende, um digitale Lehre umzusetzen, müssen natürlich auch erstmal gute Formate kennenlernen. Und das haben wir heute Morgen in unserem Workshop zu Hackathons, Makerspaces nochmal festgestellt, wie wichtig die Qualifikation ist, um diese Formate auch umsetzen zu können, um sie zu verstehen zu können und sie umsetzen zu können. Wie groß ist denn der Bedarf, Antonia? Wurden euch da, wurdet überrannt an Anfragen an Menschen, die jetzt die Angebote wahrnehmen, wollten, weil sie gemerkt haben, Mist, okay, das geht zu schnell, ich würde gerne noch was lernen. Ich habe bei dem Kollegen oder bei der Kollegin gesehen, der macht das richtig klasse, die hat ein tolles Format umgesetzt, das will ich auch können. Kommen die damit auf euch zu oder sagen die so, okay, wir verschnaufen jetzt erst mal, wir sind froh, dass wir es irgendwie geschafft haben und dann gucken wir in einem halben Jahr nochmal, wie wir wirklich in der Tiefe einsteigen. Ja, wir haben in diesem Jahr ein neues Format entwickelt, HFT Exchange, die kollegiale Beratung des Hochschulforums. Und da hatten wir tatsächlich sehr viele Teilnehmende und noch mehr Bewerbungen. Das hat uns sehr gefreut, denn das ist ein neues Format, was wir aus der Summer School heraus entwickelt haben. Und wir richten uns damit an Lehrende, aber auch an Mitarbeitende von Lehrunterstützenden Einrichtungen, die in kleinen Teams wechselseitig und auf Augenhöhe sich zu ganz konkreten Problemstellungen aus ihrem Hochschulalltag beraten möchten. Lavinia hat das gerade gesagt, es geht darum, neue Formate kennenzulernen, hatte schon ein paar Begriffe in den Raum gestellt. Das heißt, die Art und Weise, wie Sie es lernen, ist in sich auch schon neu. Die Formate, die er anbietet, könnte ich theoretisch auch an sich kopieren. Bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen überschaubarer. Magst du mal ganz kurz beschreiben, was ihr macht? Genau. Wir bieten Lehrenden und Mitarbeitenden von Lehrunterstützenden Einrichtungen die Chance, sich hochschulübergreifend mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und an wirklich ganz konkreten Problemstellungen zu arbeiten. Unser Format erstreckt sich über zehn Wochen und in dieser Zeit bieten wir durch gemeinsame Treffen in großer Runde den Rahmen. Wir führen ein in die Methode der kollegialen Beratung, die die Teilnehmenden dann selbst anwenden werden, ermöglichen da aber auch ein Kennenlernen, das Teambilden und den Austausch über die Erfahrung mit der Methode. Und dann können die Teilnehmenden wirklich selbst organisiert sich in kleinen Teams zu Beratungs-Sessions treffen. Das sind in unserem Fall fünf Meetings, die diese Teams dann haben und sich beraten. Fünf, weil jedes Team aus fünf Personen besteht. Da muss ich jetzt kurz nachfragen, weil ich habe auch natürlich mal gespickelt auf eure Landingpage. Da hatte ich so ein Diagramm gesehen, man berät sich zu dritt, einer hat die Moderatorenrolle, eine andere Person ist als Fallgebende mit dabei, eine dritte als Fragenstellende. Das rotiert ihr, jetzt sagst du fünf, das heißt es geht auch zu fünft, oder? Genau, das sind fünf Personen, weil wir tatsächlich neben der Person, die den Fall einbringt, der Person, die moderiert, drei Personen haben, die beraten. Und dadurch ermöglichen wir wirklich eine große Perspektivenvielfalt auf die Problemstellung, die die Person mit dem Fall einbringt. Und das hat sich als riesiger Mehrwert erwiesen. Das ergibt sich zum einen daraus, dass wir eben die Möglichkeit haben, Personen unterschiedlicher Hochschulen zusammenzubringen. Die kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen, aus verschiedenen Statusgruppen. Ja, und diese Perspektivenvielfalt ermöglicht einem dann nochmal das eigene Problem, die eigene Situation zu reflektieren und dann gemeinsam daraus Lösungen abzuleiten. Aber anders als das Peer-to-Peer-Programm, das wir ja auch gestern auf der Bühne hatten bei der Zertifikatsübergabe von der Bundesbildungsministerin, da sind eigentlich alle, sitzen im gleichen Boot. Das ist jetzt nicht, dass ein Experte, eine Expertin oder ein Coach von außen mit dazu kommt, sondern wirklich, man ist unter sich und berichtet aus der gleichen Perspektive. Genau, das ist uns auch sehr wichtig, dass das zum einen auf Augenhöhe stattfindet und zum anderen auch in einer ganz vertrauensvollen Atmosphäre. Also das, was dort besprochen wird, gelangt auch nicht nach außen. Schade, weil ich wollte nämlich jetzt gerade mal fragen, um was es da in der Regel geht und ob du mitbekommst, ob es da Trends gibt, was denen gerade besonders unter den Fingern brennt. Aber da darfst du nicht berichten. Du weißt es gar nicht. Doch, wir bekommen schon einen Einblick dadurch, dass wir uns auch in der großen Runde treffen und da berichten im Groben und es geht um ganz viele verschiedene Themen. Also die Themenvielfalt ist groß und bei den Lehrenden waren es in diesem Jahr die Themen digitale Prüfungen, welche Rahmenbedingungen braucht es, wie kann ich die gut vorbereiten. Es ging um hybride Lehre, wie funktioniert das. Es ging auch darum, wie kann ich Studierende gerade in der digitalen Lehre noch stärker aktivieren und wie schaffe ich es auch, didaktische Formate einzuführen, in denen die Studierenden eigenständig kollaborativ zusammenarbeiten. Und bei den Support-Mitarbeitenden war auch in diesem Jahr eine Problemstellung, die immer wieder aufkam, wie schaffe ich es, Lehrende auch nachhaltig an unsere Weiterbildungs-, unsere mediendidaktischen Angebote, unsere Beratungen zu binden. Mit welchem Hintergrund, also wenn du die Lehrenden da dran binden willst, im Sinne von, dass sie sich kontinuierlich fortbilden oder? Genau, genau. Wie schaffe ich es, sie langfristig zu begeistern sozusagen? Genau, wir haben von vielen Mitarbeitenden aus dem Support gehört, dass es diesen großen Ansturm gab, als auf einmal alles auf digital umgestellt wurde und dass es da jetzt aber auch gilt, wie schaffen wir es, dass die Lehrenden weiter auch begeistert bleiben und für dieses Thema brennen und auch sich weiterentwickeln. Okay, dann habe ich das verstanden. Ich weiß, wie gesagt, du hast ja gesagt, es sind sehr vertrauliche Settings, was dort drin besprochen wird, dringt erstmal nicht nach außen, da wird jetzt kein Blog-Eintrag darüber geschrieben oder so. Wir haben trotzdem einen kleinen Einblick, vielleicht nicht inhaltlicher Natur, aber zumindest, warum es sich lohnt mitzumachen. Denn im Chat ist auch Joana Eichhorn, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Hochschuldidaktik an der TU Dortmund, war Teil oder ist Teil vom HFD Exchange und die steht im Chat zur Verfügung und kann da einfach mal so ein Live-Testimonial abgeben. Und wenn Sie Fragen haben, sich dafür interessieren, dann können Sie auch einfach Joana direkt anchatten, jetzt hier im Lobby-Chat sozusagen. Herzlich willkommen, Joana. Schön, dass du auch mit an Bord bist und schreib doch gerne mal in den Chat, was dein Highlight war oder was für dich wirklich das war, was es ausgemacht hat, daran teilzunehmen, was du mitgenommen hast. Genau, wenn du willst, natürlich auch inhaltlicher Natur. Schön, dass du im Chat bist. Vielen Dank. Lavinia, kommen wir zu dir. Bei dir ist es ein bisschen umfangreicher. Es ist nicht nur dieses eine Format, Antonias Format rein digital, um das auch nochmal klarzustellen, quasi diese kollegiale Fachberatung. Läuft nur digital ab. Bei dir, ihr seid auf den unterschiedlichsten Kanälen unterwegs, ihr stellt Materialien zur Verfügung, es ist digital, es ist ein bisschen umfangreicher. Magst du mal vorstellen, um was es bei dir geht? Gerne. Wir haben, also nochmal zum Kontext, wir haben sehr viele Hochschulen, die zurzeit gerade dabei sind, Digitalisierungsstrategien für Studium und Lehre zu erstellen. Und das sind viele Mitarbeiter, die erstmalig sich mit diesem Thema beschäftigen. Und für diese Zielgruppe hatten wir im Juni und Juli dieses Jahres einen Online-Kurs zur Digitalisierungsstrategien Studium und Lehre erstellt. Der bestand eigentlich aus zwei großen Blöcke. Einmal gab es eine klassische Vorlesung, jeden Montag gab es eine Sitzung, aber zusätzlich hatten wir Land-Communities. Und insgesamt haben sich 500 Personen für diesen Kurs eingeschrieben. Das heißt, es war eine große, große Veranstaltung. Wir haben über 250 Personen in Land-Communities gehabt. Das heißt, es gibt eigentlich kein Bundesland in Deutschland, das nicht Land-Communities hatte. Und wir haben immer fünf Personen zu einer Community zusammengestellt. Nach dem Zufallsprinzip haben aber darauf geachtet, dass es status- und hochschulübergreifend ist. Und die haben anhand von einem Workbook Aufgaben bearbeitet an ihren Hochschulen, haben dann aber sich im Team in der Lern-Community ausgetauscht. Und genau, also die Gruppen waren sehr erfolgreich. Wir haben in der Evaluation herausbekommen, dass 45 Prozent der Gruppen der Lern-Communities sich auch nach Ende des Kurses weitertreffen wollen. Das finde ich hervorragend. Und der Wunsch der Teilnehmenden bestand, dass wir diesen Kurs auch in einer Form fortsetzen, was wir jetzt tatsächlich auch tun. Wir werden im Dezember eine Strategiewerkstatt einfügen, und zwar zu den wichtigsten Themen, die die Kursteilnehmer empfunden haben. Da gibt es nochmal zwei verschiedene Termine. Du hast gerade live gegangen, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, die Anmeldung ist jetzt auf und man kann sich schon anmelden für den Online-Kurs und für die Strategiewerkstatt. Ich schaue gleich nochmal hier in meiner Tabelle, ob ich mir klugerweise den Link schon kopiert hatte, aber ich glaube, er war noch nicht, als ich mich vorbereitet habe, noch nicht erhältlich. Aber ich sehe, es sind viele im Chat, das heißt, vermutlich haben deine Kolleginnen gerade den Link gepostet. Wenn nicht, falls jemand zuhört, sehr gerne. Genau. Was ich bei dir noch fragen wollte, das klang jetzt auch so, man bearbeitet ganz konkret an seinem Problem, man bekommt eine Hilfestellung, man bekommt Materialien, wie man daran arbeiten kann. Ich tausche mich dann mit anderen aus, die in einer ähnlichen Lage sind. Bringt ihr auch noch Experten, Input von außen mit rein? Also gibt es wirklich so Input-Sessions? Genau, die Input-Session waren jeden Montag und wir hatten Experten aus der Peer-to-Peer-Beratung, die Vorträge und Workshops gehalten haben und die aber auch Fragen im Nachhinein, Fragen der Teilnehmenden noch beantwortet haben. Okay, also das ist wirklich so ein sehr umfangreiches Angebot. Es war ein sehr umfangreiches Angebot. Und ein Commitment, also jeden Montag dabei zu sein, gerade wenn man vielleicht in der Hochschulleitung ist, auch nicht ohne, oder? Es ist schon sehr inspirierend gewesen. Es sind zwar 500 Teilnehmer gewesen, aber insgesamt haben pro Session 290 Personen immer teilgenommen. Das ist schon eine Nummer. Und natürlich Commitment. Und die Lime-Communities, die funktionieren nicht ohne Commitment. Weil wenn zwei Personen plötzlich fehlen, dann ist die ganze Community nicht mehr aktiv. Ist natürlich auch klasse. Also ich kenne das selber, wenn ich ein Coaching-Programm durchlaufe, so einen regelmäßigen Termin zu haben, auch die Peer-Pressure, den Druck ein kleines bisschen liefern zu müssen, und das hilft dann Projekte tatsächlich auch konsequent und schneller umzusetzen. Ich weiß, hast du auch zufälligerweise jemanden, der im Chat ist und darüber berichten kann? Nee, habe ich nicht. Weil das Testimonial, was bei mir hängen geblieben ist, als ich da mal geguckt habe, ich glaube, das war eins der Ersten, und das war, die Playlist ist toll, die merke ich. Das heißt, es scheint auch Spaß zu machen, bei euch teilzunehmen. Ich glaube ja, es gab verschiedene Spaßfaktoren. Also eins davon war, wir haben festgestellt, dass die Teilnehmenden gerne Musik hören. Und dann haben wir sie gefragt nach Musik und wir haben einen extra Strategiekurs-Playlist erstellt. Und ja, das war lustig. Insgesamt muss ich sagen, die Stimmung war sehr gut, die Atmosphäre war deutlich gut, aber wir hatten natürlich auch ab und zu mal Technikprobleme. Und die Kultur, die Feedback-Kultur und die Fehlerkultur, finde ich, verändert sich ganz schön stark, weil wir haben so viele Nachrichten dann im Nachhinein bekommen und das war ja nicht so schlimm. Also die Teilnehmenden, das war sehr, sehr schön, was für ein Feedback, wir auch zu Fehlern dazu bekommen haben. Sie wird so häufig beschworen, immer wenn es um Digitalisierung geht, dass wir Fehlerkultur brauchen, aber das heißt, ihr lebt das wirklich schon. Ja, also es war so in diesem Kurs, ja. Das ist schön. Eine Frage, die ich noch an dich hatte, ich muss mal noch mal kurz in meine Notizen gucken, weil ich so in das Gespräch vertieft war. Genau, bei dir darf ich fragen, um was es inhaltlich geht. Also ich glaube, das ist nicht ganz so vertraulich, das Setting, sondern es dringt auch mehr nach außen. Also was trendet gerade an Themen, die unter den Nägeln brennen? Partizipationsstrukturen, Unterstützungsstrukturen und Qualifikationsstrukturen an den Hochschulen. Ich glaube, das sind die Themen gewesen, die am aktuellsten zumindest in diesem Kurs waren. Und das sind auch die Themen, die wir jetzt für die Strategiewerkstatt nochmal aufgreifen. Das heißt, ihr seid wirklich sehr, ihr reagiert sehr schnell darauf. Also von der Peer-to-Peer-Beratung zu diesem Sonderformat, was sich, glaube ich, daraus entwickelt hat, zu jetzt dann nochmal der Werkstatt. Das ist eigentlich fast so im halbjährlichen Rhythmus ein angepasstes Format? Also es war wirklich im Flow. Also Anfang des Jahres war ganz deutlich, Digitalisierungsstrategien sind extrem wichtig geworden. Wir haben sehr schnell reagiert und haben diesen Strategiekurs konzipiert. Ich und meine Kollegin Janika Budde, wir haben dann den durchgeführt. Und es ist jetzt klar, die Teilnehmenden brauchen eine Fortsetzung. Sie wollen sich vertiefen, mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und das machen wir jetzt. Also wir arbeiten schon sehr agil. Klasse. Also drei Formate haben wir jetzt schon kennengelernt. Die Werkstatt, die nächste Woche kommt. Exchange bei dir und eben der Grundlagenkurs für Digitalisierungsstrategien Studiumlehre bei dir, Lavinia. Wir sind gleich schon am Ende hier. Fragen kamen, glaube ich, keine im Chat. Wenn ihr welche habt, dann tippt sie schnell in den Chat. Wir gehen noch darauf ein. Was ist noch offen? Was haben wir vergessen? Oder was ist wichtig und was sind die nächsten Anknüpfungspunkte? Also ich kann es ja ergänzen. Ich würde sagen, dass die Formate, die wir vorhaben, sind auch für uns zum Teil neu. Und wir sind auch sehr dankbar darüber, dass wir so eine große Teilnehmerzahl auch haben, um das umsetzen zu können. Und die Teilnehmer so motiviert sind. Und ein zweiter Schritt ist jetzt, nachdem wir die Erfahrungen gemacht haben und sie erprobt haben, es weiter in die Breite zu bringen. Und dafür planen wir jetzt auch im nächsten Jahr neue Programme. Zum Beispiel ein Trainer-Trainer-Programm. Klasse, das heißt, es verfehlt sich, es werden noch neue Formate entstehen. Genau. Wenn Teilnehmende oder auch Personen, die jetzt nicht teilgenommen haben, denken, ach, das würde ich eigentlich gerne mal selbst anbieten, dann haben sie im nächsten Jahr die Chance, das bei uns zu lernen. Cool. Kollegiale Beratung oder Lern-Communities beispielsweise an die eigene Hochschule zu bringen. In diesem Fall stehen wir in einem Jahr wieder hier und dann berichtet nicht ihr, sondern dann berichten schon die Trainer. Wunderbar. Vielen Dank euch. Schön, dass ihr da wart. Es klingt sehr spannend. Ich weiß, die Kolleginnen haben im Chat fleißig noch die Links nachgeliefert. Und Joana hat auch wirklich ausführlich beschrieben, was sie für sich herausgezogen hat als Teilnehmerin von Exchange. Wenn es konkrete Fragen gibt, durch die Links klicken. Und natürlich hier auf der Plattform auch mit Lavinia oder mit Antonia connecten, auch beide auf LinkedIn. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Vielen Dank euch. Danke. Und damit verabschiede ich mich wieder hier aus der Lobby. Bis später. Und damit verabschiede ich mich wieder.